Die Märkte, zumindest mal die Indizes, sie steigen und steigen und steigen, sie kennen kein Halten mehr. Und das ist einerseits für viele natürlich total klasse, für die, die es verpasst haben, unten einzusteigen, weil sie kein Signal gefunden haben dort, egal auf welche Art und Weise. Ob ihr vielleicht einen Indikator verwendet, ob ihr vielleicht, naja, notfalls auch als Fundamentalist, der sagt, ich bin mir noch nicht sicher, soll ich, soll ich nicht. All diejenigen, die warten jetzt natürlich drauf, dass es nochmal einen sinnvollen Einstieg gibt, wo ich nicht so sehr von überzeugt bin, ist einfach dann blindlings zu sagen, ist mir egal, ich kaufe jetzt einfach. Das heißt typischerweise, wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, mach das mal, weil typischerweise führt das dazu, dass der Kurs dreht. Funktioniert bei mir zumindest oder hat bei mir früher super funktioniert. Wenn ich gesagt habe, jetzt habe ich es verpasst, jetzt steige ich halt etwas verspätet auch noch ein, das war typischer Garant dafür, dass der Kurs nachher dreht. Manchmal würde man es sich wünschen, im Moment tut der Kurs es nicht. Ich habe hier bewusst mal die Zeichnung, die wir gestern mir hier reingelegt haben, drin gelassen. Was wir hier haben, ist natürlich die erste Anstiegsbewegung und die ist natürlich wunderbar. Da gibt es nichts zu maulen. Das ist etwas, was extremst bullisch aussieht. Was ich jetzt super gerne hätte, wäre irgendein wackeliger Rücksetzer und der würde mir dann endlich die Chance geben, nochmal sinnvoll einzusteigen. Natürlich kann man das Ganze auf kleinerer Ebene auch suchen. Hier im 5-Minuten-Chart, da ist allerdings jetzt zumindest mal der hintere Rand, also für all diejenigen, die jetzt aktuell mal gucken, wie sieht es denn jetzt heute Nachmittag aus, eher Rücksetzer angesagt. Also das ist jetzt nicht wirklich was, was direkt Kaufen anspricht. Wieso, du hast doch gesagt, Rücksetzer wäre gut. Ja, aber der muss auch eine gewisse Größe haben. Als Hinweis dazu, ich mache mal hier die Zeichnung raus, dann haben wir es mal ein bisschen größer hier im Tageschart, beispielsweise jetzt im Tageschart. Man misst dann vom tiefsten Punkt ganz gerne mal bis zum höchsten Punkt und dann weiß man, dass so ein Rücksetzer gerne irgendwo in diesen Bereichen etwa reingeht. Ja, also das wäre etwas, was sehr klassisch ist. Das hat was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Ich hatte es neulich schon mal gezeigt. Also egal, ob es jetzt nur ein Rücksetzer ist und nur noch eine Fortsetzung oder ob es sogar noch ein Impuls ist. Also sprich, dass der Tiefpunkt, hier war der Tiefpunkt danach hoch. Jetzt wir auf diese Situation hoffen, es also nochmal richtig weiter geht im Anschluss. Dieser Rücksetzer in beiden Fällen, der hatte ein klassisches Ausmaß und da können wir sagen, da liegen wir irgendwo hier. Ich will das jetzt nicht auch im Detail erklären. Es kann auch, ihr seht, das hier ist die 38er Marke, wo ich normalerweise erst anfange. Es kann auch vorher schon drehen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, nur leider ist die Restwahrscheinlichkeit für nochmal tiefer, dann halt deutlich größer. Deshalb leite ich daraus grob ab, dass ein Rücksetzer bis dahin mir eigentlich am liebsten wäre. Dann hätte ich ein gutes Gemisch aus Wahrscheinlichkeit für einen Dreh und Wahrscheinlichkeit, dass das nachher nochmal entsprechend nach vorne geht. Ob das natürlich jetzt passiert, ist eine andere Geschichte. Das werden wir dann natürlich sehen, aber das wäre etwas, worauf ich sehr erwarte. Und das, was wir hier, jetzt machen wir das wieder klein, im Fünf-Minuten-Chart sehen, das ist natürlich viel zu winzig, um diesen kompletten Rücksetzer darzustellen, der durchaus typisch wäre für so eine Geschichte. Also, damit haben wir mal diese Situation. Aber warum hast du denn hier noch das Abwärtsbild hier eingezeichnet? Ist das denn noch realistisch? Ja, und das ist jetzt etwas für die etwas Fortgeschritteneren von euch. Es ist durchaus realistisch, weil eben ein typisches Bild, dass das wackelig hoch, wackelig runter und nochmal ein Impuls nach oben geht. Nur, je weiter das hier steigt, desto untypischer wird das Bild. Noch ist es in Ordnung. Also, das Größenausmaß dieser Bewegung als Gegenbewegung zu dieser hier, ist immer noch statistisch gesehen völlig normal. Nur, je weiter das sich verlängert, desto weniger wahrscheinlich wird das und desto bullischer wird das Bild. Und das ist das Schöne. Auch dann gilt natürlich, dass nach so einem Rücksetzer, also quasi das, was wir hier gezeichnet haben, nur eben etwas später würde dann eben dafür sprechen, dass wir gar nicht mehr hier runterkommen, sondern dass wir quasi direkt auf dem Weg sind zu weiteren Anstiegen hier nach oben. Dafür wäre es sinnvoll abzuwarten, ob wir diese Situation hier bekommen. Da sage ich gleich noch mal was dazu, denn das würde das Ganze sehr, sehr bestätigen. Sprich, im Kleineren natürlich dieser Rücksetzer wäre ebenfalls etwas, was für mich für die Long-Seite super attraktiv wäre. Wenn der Markt natürlich sehr steil runterkommt und nur wackelig hoch, dann ist das Bild natürlich komplett anders. Aber das werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist. Im 4-Stunden-Chart, wie ich es hier eingezeichnet habe, wird das noch ein paar Tage dauern. Und dementsprechend, wenn es dann so kommt, also das ist jetzt keine Ankündigung, dass es so kommt, aber wenn, dann würde es ein paar Tage dauern. Und dann können wir da ein Update drauf zeichnen. Ich habe jetzt hier, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo hatte ich das? Ich glaube beim Dow Jones, da hatte ich extra noch mal so eine Zeichnung drin gelassen. Denn der Dow Jones ist wieder ein wenig spannend. Vielleicht erinnert ihr euch, ich bin gar nicht sicher, ob ihr es gesehen habt, aber da hatten wir diese starke Abwärtsbewegung. Und die ist ebenfalls sehr stark. Da habe ich gesagt, wie geil, wenn er jetzt hier wackelig hochkommt, dann haben wir die beste Voraussetzung, dass er nach unten kommt. Und da seht ihr, wie wichtig das ist, dass ihr eben prüft, also da waren wir noch weiter unten, also dann gilt dieses Wackelige, also dann entsprechend weiter unten. Also der Gedankengang ist natürlich grundsätzlich der gleiche. Wenn es ABC-mäßig nach oben kommt und wir das Ganze hier triggern, wäre das ein Short. Aber ihr seht schon, okay, das ist komplett anders. Das ist auch nicht verwechselbar. Das ist etwas, was viele gar nicht so wertschätzen, dass wir, weil viele dann sagen, ja, aber dann habe ich doch dann, ich muss es dann doch erst sehen. Ja, aber ich sehe es doch sofort. Das ist doch überhaupt nicht, also nichts davon zeigt dann mehr auf die Short-Seite. Also wer jetzt dann sagt, na, wir sind jetzt hier hoch, so hast du auch gesagt, aber der Unterschied ist, ich brauche es doch dreiwellig oder eben hin und her wackelnd mit diesen Kursüberschneidungen. Von mir aus auch so wie hier ABC oder wie hier, dass man einfach sieht, das ist eine starke Anstiegsbewegung und hier so halbwegs hin und her einfach in so einer Art Bullenfahne, das sind alles, oder Bullenflagge, das sind alles Indizien, die eher für die Long-Seite sprechen, insbesondere wenn er dann da triggert, wenn er da triggert. Hier hatten wir es ähnlich, guckt mal, hatten wir starke Aufwärtsrichtungen. Und da ging es doch auch runter, das hat auch nicht funktioniert, aber er hat ja auch nicht getriggert auf der Oberseite. Deshalb ist das so wichtig, dass wir diese letzte Idee dann noch mit aufnehmen, damit wir eben sagen können, okay, ich brauche auch die entsprechende Bestätigung. Das war jetzt ein bisschen Historiendienst, den ich euch da gegeben habe. Jetzt gehen wir auf das aktuelle Bild. Da haben wir nämlich die nächste mögliche gute Situation, nämlich für heute Nachmittag eine sehr starke Abwärtsbewegung. und hier tut sich die nächste Chance auf, wenn wir hier jetzt eine ABC in der Richtung bekommen. Dann haben wir wieder das klassische Bild, dass wir irgendwo eine starke Richtung, ob ihr nur diese nehmt oder die, und dann hätten wir hier das Wackelige, was eben ganz klar sagt, naja, wenn das rum ist, Stichwort Zwischenhochsbrechen. Manche gehen auch auf Trendkanäle, da gibt es verschiedene Varianten, die man fahren kann, aber alle die Indizien weisen darauf hin, dass wenn diese Korrektur verlassen wird, wenn das beendet wird, dass es dann eben nochmal in die starke Richtung, in diese starke Trendrichtung geht. So, und jetzt haben wir für heute Nachmittag, für alle Dow-Fans, im Moment eine sehr starke Abwärtsbewegung. Und jetzt hängt es davon ab, ob wir hier jetzt etwas kriegen, was zum Beispiel so aussieht, dann hätten wir genau diese Ambitionen hier nochmal die Abwärtsrichtung. So, ich hätte das Video auch noch eine Stunde später machen können, aber irgendwann ist da mal die Katze bumm nuff, wie man so schön sagt. Ihr müsst ja auch das Video rechtzeitig noch sehen können, bis es dann wirklich oben ist und alles. Deshalb, Hinweis, guckt selber da drauf, ob das, was wir hier als Bewegung haben, korrektiv wird. Denkt immer dran, korrektiv gibt es in der einfachsten Form in zwei Varianten, nämlich entweder A, B, C. Auch da kann man dann so eine Art Trendkanal hinmalen. Also, so ein Szenario könnte das noch werden. Oder etwas, ja, ausgedehnter, wenn es dann eben so mehrfach einfach hin und her wackelt. Das hat man auch häufig. Wenn ihr diese beiden seht, dann habt ihr ein ganz gutes Indiz, wenn wir vorher eine starke Bewegung haben. Das ging übrigens, ich habe es ja hier gezeigt, nach oben genauso grundsätzlich. Oder an anderen Stellen jetzt hier. Wenn ihr diesen Sachverhalt habt, dass ihr irgendwo was Dreiwelliges habt, ist das typischerweise, egal ob klein oder groß, nicht klassischerweise die Haupttrendrichtung. Ja, man kann, wenn es nur eine kleine ist, nicht notwendigerweise sagen, das, was wir hier haben, kriegen wir da nochmal. Hier hat es geklappt. Sogar super. Aber das ist eine Aussage, die ist statistisch gesehen etwas gefährlicher. Aber ich sage mal, wenn ich erstmal hier sehe, das ist wohl die wackelige Seite, ich gehe wohl eher auf die andere, dann liege ich zumindest mal richtungstechnisch jetzt nicht ganz verkehrt mit meinen Überlegungen. So, und jetzt, Quintessenz, aktuell scharf runter, aktuell wackelnd nach oben. Und ich mache mal, den Nagel haue ich mal in die Wand, wie ich manchmal sage, falls wir, das ist kein Versprechen, dass das passiert, aber wenn wir hier durchgehen, oder nehmen wir mal an, er wackelt noch mehrmals, haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Bitte aus diesem Satz nicht ableiten, ah, guck mal, der sucht Short, dann gehe ich doch jetzt schon mal. Solange wir das nicht haben, solange, weil wenn der jetzt nachher das macht, das kann doch sein, haben wir doch vorhin eben in der Einzeichnung rückwirkend noch gesehen, kann doch sein, dass er durchstartet. Ja, siehste, lagste falsch. Ja, aber lag ich völlig falsch, weil ich hatte gesagt, wenn er da durchgeht, aber ist ja nicht durchgegangen, also habe ich auch kein Minustrade, das heißt jetzt nicht notwendigerweise ein Verlust dazu. Also, ihr seht, wohin das Ganze führt und wie ungefähr die Erwartungshaltung ist. Jetzt kriege ich gerade hier nochmal reingeflüstert, guck doch nochmal kurz auf den Russell. Der Russell ist eher sogar positiv aktuell gestimmt, ihr seht das, der ist nämlich nicht auf der Abwärtsseite. Russell 2000, das ist sozusagen der sehr breite Index, der also 2000 Titel enthält und nicht so sehr den Fokus jetzt auf ein paar große hat, ein paar große Dickschiffe, sondern da eher das breite Bild der Marktteilnehmer wiedergibt. Und dann sehen wir schon, dass so die letzten Tage, es doch sehr, sehr schwach im Verhältnis gelaufen ist in der Aufwärtsrichtung. Auch da ging es nach oben. Wir sehen aber, dass wohl nicht der breite Markt in Gänze mitgeht, sondern es einige starke Titel sind, erzähle ich euch nichts Neues, guckt euch Apple an, da stellt ihr keine Fragen mehr oder eine Tesla beispielsweise. Die sind als gewichtige Titel natürlich sehr stark gelaufen. Aber hier sieht man, dass es nicht so richtig den allgemeinen Markt bisher zumindest mal betroffen hat. Trotz alledem hat man den Eindruck, dass diese Seite sicherlich die stärkere war, das nur nochmal so als Augentraining, dass die eher schwächere, deshalb ist die Fortsetzung hier nach oben erstmal nicht so unrealistisch. Und ihr seht ja hier auch im 4-Stunden-Chart, dass das nach diesem Anstieg auch eher erstmal die Aufwärtsseite angeht. Also scheint aufwärts vorläufig erst nochmal ganz gut zu sein, solange nicht der Markt eine starke Abwärtsseite macht und wackelig nach oben kommt. Und wer jetzt sagt, ja super, dann ist es aber zu spät, dann habe ich doch schon Verlust gemacht. Ja, das gehört mit dazu. Da werdet ihr nicht drum herum kommen, dass wenn der Markt sich nicht so verhält, ihr dann mal einen Verlust macht, Der große Vorteil ist allerdings, dieser Verlust wird dann kleiner typischerweise sein, wenn ihr das entsprechend dimensioniert, als die Gewinnseite, wenn es gut geht. Ja, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Viele denken wirklich, man kann an den Charts oder an irgendeiner Methode sicher sagen, was als nächstes passiert. Da sage ich nur, viel Glück. Das wird wohl nicht passieren. Aber was wir erarbeiten können, sind Verhaltensmuster, die statistisch typischer sind, uns an diesen orientieren und sagen, na gut, dann mache ich wohl das, was eher zu erwarten ist. Und der große Vorteil, dass wir meistens daraus ja auch noch ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis ableiten können, was dann in der Summe hoffentlich zu positiven Trades führt. So, in diesem Sinne, jetzt die Indizes mal in der Gesamthaftigkeit. Ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt, dass ihr eine Idee habt, mit der ihr heute Nachmittag und heute Abend schwanger werden könnt. Ansonsten drücke ich euch die Daumen und freue ich mich, wenn ich euch wieder ganz konkrete Tipps geben kann, entweder über die Indizes oder zu einzelnen Aktien, so wie ihr es ja von mir auch gewohnt seid. Währungen natürlich auch gerne, gar keine Frage. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.